Ich habe eine interessante Erklärung des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg gelesen, der sich zu den gemeinsamen Militärübungen von China und Weißrussland auf weißrussischem Territorium geäußert hat. Er verkündete völlig ernst und voller Pathos, dass dies eine gefährliche Angelegenheit sei, weil China der NATO immer näher kommt. Die Amerikaner nähern sich China seit langem und umzingeln China und Russland mit Blockstrukturen. AUKUS, die Troika, USA, Japan, Südkorea. All dies geschieht an unseren Grenzen. Die USA und Südkorea treffen Vereinbarungen über eine gemeinsame Nuklearpolitik und vieles mehr. Sie versuchen, die ASEAN zu spalten und einige Länder in ihre geschlossenen Blockstrukturen hineinzuziehen. Die NATO hat die Entscheidung getroffen, die Infrastruktur des Blocks in der indopazifischen Region voranzubringen. Praktische Schritte werden bereits unternommen. Auf die Frage, dass die NATO sich doch immer als Verteidigungsbündnis zum Schutz des Territoriums seiner Mitglieder bezeichnet hat, antwortete Stoltenberg, dass sie nach wie vor ein Verteidigungsbündnis sei, aber die Bedrohungen für das Bündnis seien jetzt global, sodass es nun notwendig sei, in den indopazifischen Raum zu gehen. Der aggressive und unfaire Wesenskern einer solchen Position ist jedem klar. Wir, gemeinsam mit China und unseren anderen Partnern in der Shanghaier-Organisation für Zusammenarbeit, der ASEAN und dem Golf-Kooperationsrat, befürworten die Entwicklung eines Sicherheitsmodells, das ein eurasisches Sicherheitsmodell sein wird. Es wird auf Gleichberechtigung, Unteilbarkeit der Sicherheit sowie vollständiger Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen und deren Gleichgewicht beruhen. Die Verwirklichung dieses Modells wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Präsident Putin kündigte es vor einem Monat an in seiner Rede im Außenministerium. Er betonte, dass diese Initiative vorsieht, dass das eurasische Sicherheitssystem allen Staaten und Organisationen des eurasischen Kontinents offen steht, einschließlich der Länder im westlichen Teil Eurasiens. Im Falle das, und sobald diese Länder erkennen, dass NATO zentrische Blöcke sie in die falsche Richtung führen. Sie wissen, wie sehr Europa wirtschaftlich darunter leidet, dass es gezwungen wurde, die Hauptlast der Sanktionen zu tragen und kein russisches Gas mehr zu kaufen. Noch ist es nicht ganz abgeschlossen. Aber es gibt Gespräche darüber. Die Nord Stream Pipelines, die der deutschen Wirtschaft und dem Rest Europas weiterhin Wohlstand bringen sollten, wurden gesprengt. Seit der Verhängung der Sanktionen hat Europa bereits 200 Milliarden Euro mehr für seine Energiequellen bezahlt. In den Vereinigten Staaten wurden verschiedene Gesetze zur Bekämpfung der Inflation erlassen, was zur Folge hatte, dass europäische Unternehmen damit begonnen haben, in die Vereinigten Staaten umzuziehen. Europa droht die Deindustrialisierung. Deindustrialisierung. Die Deindustrialisierung. Die Deindustrialisierung. Die Deindustrialisierung.